Hallöche meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Minecraft. Wir stehen auf unserem Balkon. Da unten hat es schon Zombie, glaube ich, gerade gesehen. Ja, es ist Nacht. Ah ja, es geht ja gar nicht mehr. Ich wollte gerade auf C klicken oder drücken, besser gesagt. Und hier ran zoomen, aber das geht ja nicht, weil wir auf der 1.9 spielen. So, da, den Balkon haben wir letzte Folge gebaut. Ne, vorletzte Folge, ich weiß es nicht. Wir haben ja das Schlafzimmer da drüben angefangen. Es ist eine neue Aufnahme, darum bin ich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen verplanter. Ich nehme immer so vier Folgen auf, das reicht ja dann für zwei Wochen. Und dann nehme ich immer so, ja, nehme ich dann halt für die nächsten zwei Wochen wieder auf. Mal wieder mit dem Default Texture Pack. Einfach mal, weil, ja, ich habe sie schon vorletzte Folge, nee, nicht vorletzte, sondern letzten, äh, nicht vorletzte, wann war das? Und am Anfang der letzten Aufnahme, sagen wir mal so, bumm, ähm, habe ich das schon mal gesagt, dass ich damit eigentlich mal wieder spielen möchte, weil es mir einfach gerade gefällt, weil ich gerade da Lust drauf habe. Und dann spielen wir jetzt auch mit dem. So, wir waren jetzt hier beim Schlafzimmer. Da müssen wir noch weitermachen. So, äh, falls ihr euch wundert, falls ihr in der letzten Folge gut aufgepasst habt, warum hier gerade der Erdblock weg war, das lag daran, weil ich gerade schon eine Aufnahme gemacht habe, also so zwei Minuten. Und dann habe ich hier schon mal das Team weggebaut und dann habe ich doch nochmal neu angefangen. So, ähm, ja, wir sind jetzt hier beim Schlafzimmer. Ist gar nicht noch da, ah, nee, das ist grobe Erde, stimmt. Beim Schlafzimmer sind wir. Ja, und der Joe hat geschrieben, genau hier, rechts unten ist ja noch diese, diese, wie sagt man, Angriffsanzeige, Angriffsanzeige genau, ist da noch. Warte mal, wir haben hier einen Ofen dabei, gell, dann packe ich hier mal kurz ein Ding da rein. Also, er hat gesagt, dass es ja vielleicht, ähm, die, ein Cooldown ist, damit man halt wieder danach mit voller Kraft zuschlagen kann. Ich weiß es nicht, habe mich da auch nicht mehr schlau gemacht. Habe ich irgendwie vergessen halt. So, wir sind hier auf der 1.9, 1.9.2 jetzt sogar. Da kamen irgendwie in kürzerer Zeit wieder zwei neue Updates raus, ich weiß nicht, was da neu war. Aber ich glaube, mit der haben wir schon in der letzten Folge gespielt. Jetzt ist die Frage, wollen wir das noch höher machen, oder guck mal, kommen wir da raus? Ich guck mal kurz hier. An nächstes Nacht, oh, ich sollte mal, naja, das geht sowieso nicht, naja. Lockt er die Monster an und dann wieder noch pennen. Oh, die haben auch Animationen, gell, weil der Batzebutze, war das Batzebutze, noch so einer, oder was? Nein, das geht aber. Ähm, der Batzebutze hat geschrieben, ja, das war der Batzebutze, dass, ähm, die Monster mehr HP haben, weil mir ist ja aufgefallen, hey, warum stecken die so viel ein? Ich hab ja ein Eisenschwert, immer noch nicht verstanden, warum hier neun Angriffsschaden steht und da sechs Angriffsschaden. So, ich, ich helf dir mal da draußen, dass der nicht so einen qualvollen Tod hat und dass wir noch Erfahrung kriegen, so. Genau, ah, oh, hallo. Herr Kripa, bam. Irgendwie, voll der, oh, 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 ich hab so vergessen, dass die ja mehr HP einhalten, äh, aushalten. Weil sonst bräuchten wir nur drei Schläge und ich hab auch letztens noch mit Off the 1.9 gespielt. Und da bin ich halt noch dran gewöhnt, dass ich hier drei Schläge brauch. Nochmal privat halt. So, ähm, ist die Frage, ich glaub, komm, dann machen wir einfach mal ein bisschen höher, oder? Es soll ja auch ein bisschen cooler aussehen. So, das kommt weg. Da oben ist ja schon Stein, aber wir braten uns hier trotzdem mal ein bisschen mehr Stein. zurecht. Oder wollte ich das höher machen? Na komm, machen wir jetzt einfach höher, oder? Was ist denn hier mit... Ich glaub, ich fand das ganz cool eigentlich, dass hier so... Ne, wir machen einfach ein größeres Fenster rein. Ist doch auch okay eigentlich. So. Das Schlafzimmer. Damit wir da vorne nicht immer in diese Eingangshalle pennen müssen. Guck mal, mit dem Bett bin ich jetzt auch noch nicht so zufrieden. Das hab ich ja nur in den letzten paar Minuten von der letzten Folge noch dahin geklatscht. Tö, 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 tö. So. Hier alle weg. Weg, 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 weg. So, dann muss die Erde da oben auch nochmal weg. Das kann ja auch. Wer kann sein, dass ich das letzte Folge hier nochmal schön hingebaut hab? Den frisch gebrannten Stein. Möglich. Natürlich. So. Vielleicht können wir hier auch ein Fenster reinmachen. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich mich mal kurz richtig hinsetzen. So. Oh, das ist immer so doof bei dem Stuhl. Da muss ich immer so... ...so hinspringen. Das hört man, glaub ich, auch immer in der Aufnahme. Ähm. Ja, weil die Rollen nicht mehr so gut funktionieren. Und das Mikrofon ist dann halt im Weg. So. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Stein. Achso, Glas muss da drin. Äh, ja. Guck mal, ich mach ihn jetzt so bequem, dass ich sogar... Hä? Diesen Stein... Oh. Toll bequem gemacht. Um hier das Glas hinzubauen. Hm. Doof. Mit der Fackel. So. Jetzt. Ne, das kann ja... Naja. Machen wir später einfach nochmal natürlicher. Jetzt kommt hier... Ups. Oben drauf Stein. Das... Weiß ich noch nicht. Wie ich das mache. Ich mein, man sieht hier auch nicht eine große Aussicht, ne? Man sieht hier keine große Aussicht, meine ich. Hallo? Achso, das ist ja nur ein halber Block. Hab ich noch irgendwas zu essen? Anscheinend nicht. Oh nee, ich glaub, wir brauchen noch wieder bald was zu essen. Okay, den... Berg kann man hier auch nicht abtragen. Ja, stimmt. Das ist ja dieser große Berg, wo dann hier die Brücke ist, gell? Genau. Äh, die... Ja. Unser... Noch verkackter Aufstieg hier, den wir auf jeden Fall noch irgendwann neu bauen werden. Guck mal, da hinten ist doch erst der Eingang, ne? Guck mal, wir sind schon weit eigentlich. Finde ich. Und ich würd' sagen, hier hinten... Ist dann auch immer so ein Eingang, der dann auch nochmal irgendwie ins Haus führt. Später irgendwann. Und dann gibt's unten noch irgendwas. So, jetzt... Muss ich erstmal ein bisschen Essen noch organisieren. Ähm... Ähm... Ich... Ich sag einfach mal... Ich geh mal kurz rüber zum Kisten. Ähm... Hau da alles rein oder guck erstmal, ob wir noch irgendwo Essen haben. Karotten haben wir. Kann man die essen? So, ein bisschen Erde, das kann auch mal weg. Das... Ach man, grobe Erde. Äh... Ja, den Stein kann ich hier rein tun, dann kann ich die grobe Erde hier hin tun. Wir brauchen... Wir brauchen hier echt ein kleines Lagerräumchen. Das wär das Nächste, was wir bauen können. Vielleicht führt das da hin, der Weg dann. So, jetzt gucken wir erstmal die Karotten. Okay, die kann man essen. Bringen wie viel? Eineinhalb Hunger... Äh, Dings. Balken. Wisst ihr was? Ich mach die Fackeln da mal... Nee. Mach ich die Fackeln da hin? Na ey, lass die Fackeln jetzt einfach da. Warte mal. Also... Ich wollte gerade überlegen, ob das geht, dass ich so zwei Schwerte in die Hand nehme. Ich glaub, da konnte man sogar sowas craften, oder? Glaube ich, das... War das oder hab ich das nur geträumt? Oder halt mir gedacht oder irgendwann mal ausgedacht oder irgendwas. Ich weiß es nicht. So. Dann hier oben auch nochmal die Erde weg, weil da... Oder warte mal. Äh, ja, weil da noch Stein hin muss. Aber wäre das nicht cool, wenn da Glas wäre? Guck mal, wenn man schläft. Schläft, guckt man da nur nach oben? Ne, dann guckt man so, ne? Wenn man schläft. Äh, ja. Weiß gerade nicht. Wo ist denn die Sonne eigentlich? Also, wo geht die unter? Wo geht die auf? Die Sonne geht da auf. Und läuft, glaub ich, so. Weil hier haben wir letzte Folge, glaub ich, den Sonnenuntergang uns angeguckt. Ja, da oben ist die Sonne. Stimmt. Wäre das cool, wenn du so ein... Ich weiß nicht, ob das cool wäre, wenn so eine Glaswand wäre. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, machen wir erstmal nicht... Habe ich das Eisen noch? Ja, habe ich. Erstmal machen wir einfach hier eine Steinwand drüber. Steindecke. So, dann muss ich erstmal hier das wegbauen. So. Das weg. Ja, da kommt ja dann eh was anderes hin. Das Ding kann auch weg. Ich weiß gar nicht, was jetzt da soll. So. 15 Steine haben wir erst. So. Komm ich da hin? So. Ich meine, das Schlafzimmer hat halt nur ein Bett drin. Ein Riesenbett. Mehr soll das auch nicht haben. Vielleicht noch so ein... Gute... Wie sagt man? Gute Nachttisch? Nein. Äh. Nachttisch? Gute Nachtisch. Warum brät es so langsam? Wisst ihr was? 1, 2. So. So, nochmal da. Und hier. So, bratet ein bisschen schneller. Ich kann nur noch zwei dahin setzen. Bett haben wir auch noch. Na ja, das Bett, ja, müssen wir noch ein bisschen gucken. Das habe ich ja sowieso erst so provisorisch hingebaut. Warte mal, das mache ich von hier. So. So. 3, 2, 3. Und da ist noch eins fertig. So. 1, 1, 1, noch eins. Ja. Und hier auch nochmal welche. Warte noch nicht. Na ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So. Okay. Ich würde sagen, wir warten kurz einfach mal, bis das ein bisschen mehr gebrutzelt ist. Die 3 kann ich hier noch schnell hinbauen. 1, 2, 3. Stimmt das hier überhaupt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, stimmt. Dann gucken wir mal was. Und zwar. Holt ich mir erstmal hier die Ding hin. Gucken wir mal, wie das ist. Und zwar wenn man hier, na das müssen wir nochmal wegbauen. Natürlich doof, dass hier die Wand ist, ne? Oh nein, jetzt habe ich den Fakkel weggemacht. Oder wir machen hier einfach auch den roten Granitstreifen können wir auch machen. So, ich mache jetzt hier einfach auf jeden Fall mal einen Gang. Der führt dann auch darüber. So, fackeln. So. Ne, da muss ja sowieso nur noch Granit hin. Jetzt gucken wir mal. Was ich mir gerade überlegt habe, wäre es nicht cooler, wenn... Oh. Okay, läuft noch. Wäre es nicht cooler, wenn hier zu wäre, habe ich mir gerade überlegt. Dass man da außen rum muss und dann nicht direkt in dieses Badezimmer reinkommt. Weil das ist ja auch ein bisschen privater eigentlich. Habe ich da nicht letztes Mal einen Fehler entdeckt? Ich glaube schon, oder? Ja, stimmt, da habe ich letztes Mal einen Fehler entdeckt. Aber es fällt doch gar nicht auf, wenn da das da ist und da das da ist. Gehört einfach so. Entweder dieses hier ist zu. Ich weiß nicht, ob ich es toll finde, dass das hier auch verbunden ist. Also entweder wir machen das Bad geschlossen. Für sich. Oder wir machen das so offen. Ich denke mal, wir lassen das jetzt einfach erstmal so offen. Gerade noch fürs Bauen. Weil wir haben hier gerade... Ist das Wolle? Ja, ne? 1, 2, 1, 2, 3. Haben wir noch 3 weiße Wolle? Äh, wo ist das jetzt hin? Hä? So. Dann haben wir das... Ah, da fehlt auch noch was. Ui. Naja. Ähm, dann haben wir das auch. Hier die 3 Wolle. Weiß Wolle. Gucken wir einfach nochmal. Hier kann es ja auch noch runtergehen eigentlich. Im Keller. Oder was es sonst noch auch hier geben wird. Gucken wir einfach mal. Ich meine, wir haben viel Zeit. Das Let's Play Projekt ist hier unendlich. Können wir uns richtig mit unserer Kreativität ähm, austoben. So, die Folge ist auch wieder vorbei. Da ist... Na, ich sollte hier mal ein bisschen zumachen. Nicht, dass uns hier noch irgendwann Creeper alles in die Luft jagt. Bist du schon fertig? Ne, hä? Ich hab gerade gedacht, der brennt nicht. Aber doch. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und dann hoffentlich... Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Naja, viel haben wir nicht geschafft, aber ein bisschen. Bis dann. Ciao.